ja hallo und herzlich willkommen mitten rein in eine gun game aufnahme wir sind alle an einem ort gespawnt und das war eben gerade der fehl des tages dass ich da so runtergesprungen bin auf jeden fall ja spielen wir eine runde gun game weil das macht eigentlich schon ziemlich fun und bald sollen ja auch quasi war points für gun game hinzugefügt werden dann macht gun game auf jeden fall noch mehr spaß und ist dann auf jeden fall für jeden von euch eine empfehlung wert und und moment wo ist er jetzt hin ach ha tot ist ja witzig ja komm ja komm so so komm und ja ich schlag gerade ziemlich viel aber ich habe mir schwer dass es mein triumph zurück 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 ja eigentlich wollte ich wollte nur flick aufnehmen aber ich war gerade in der 1.5.2 da dachte ich mir ja kannst du ja bringen hier nein das war scheiße eigentlich hätte das jetzt level 5 sein sollen ok 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 was was ist das kommt denn der von dort 0 0 0 kommen jetzt ja also nochmal kurz zur erklärung man muss sich quasi hoch arbeiten und wenn man level acht wird dann hat man das spiel gewonnen sowie linsen pago pacho keine ahnung ja das heißt wir gehen mal hier ein sind noch 60 sekunden und ja hier regnet moment so dass auch schön sonnig ist moment dann versetze ich mich mal gerade in den anderen game mode und verbessere hier mal die paar sachen die ich kaputt gemacht habe ich glaube dass es hier irgendwo wissen das hier bin ich jetzt irgendwie ach da moment geht das ja geht dann kann man jetzt hier die wieder hochziehen und theoretisch auch mal wieder hier die felder pflanzen aber es geht jetzt erstmal hier gegen einen wolf und gegen einen iron man ja der wolf der greift mich an classic was ein bisschen ärgerlich war denn ich wollte mich eigentlich aus dem kampf raushalten die sind ja von selbst aufeinander gegangen das war die perfekte vorlage um da was abzuräumen aber naja gut jetzt haben wir es ja auch denn die erste etappe bis zum steinschwert ist schwer und wenn man dann erstmal das steinschwert hat und unter der voraussetzung dass man das dann auch überlebt mit dem steinschwert dann kann man hier abräumen das heißt man schlägt hier ein und dann hat man eben eisenschwert dann schlägt man noch mal drauf ein na komm nein renne ich weg renne ich weg jetzt dann hat man den bogen und dann wenn man jetzt noch mal drauf schießt dann das war der von eben oh da kam einer von hinten so wie immer bei mir ja dann kriegt man schneebälle so ja genau so man wegen dem jetzt habe ich jetzt keine angel bekommen ja genau so läuft es eben und dann steigt man ziemlich schnell wieder ab und so jetzt ach komm lass mich doch in ruhe endymeth kommt den hammer und dann ich glaube ich gehe mal hierüber schade schade so kommt nein ich bin gerade etwas abgelenkt denn die sind ja alle irgendwie sehr davon besessen mich auch zu töten das war wohl der größte feld den ich bislang hier in dem kampf gemacht habe naja auf jeden fall werde ich jetzt hier mal wieder in den kampf ziehen ich finde die schneebälle sind extrem schwer also damit jemanden zu töten ist echt keine leichte aufgabe mit der angel geht es dann wieder kommt kommt noch einer jawoll so und jetzt da hinten nein da kam ich eine sekunde zu spät sonst wäre das glaube ich auch was geworden nein nein ach das war knapp ich glaube hätten mir nicht mehr viele schneebälle gefehlt okay ja das ging jetzt etwas schnell ich habe also schrei ich mal ja ja und ich habe eben beide irgendwie so auf einen schlag quasi getötet ja ich würde sagen die zweite runde war zumindest relativ gut auch wenn ich noch etwas abwesend war aber ich denke mal für gun game hat das jetzt gepasst oder hänge ich noch eine runde hinten dran ich hänge noch eine runde hinten dran vorausgesetzt es beginnt jetzt schnell gehen wir mal hier rein ja noch 51 sekunden und dann nehme ich noch diese eine runde auf und danach ist das video auch zu ende und ich habe leider kein thema zum drüber reden auch wenn das jetzt eigentlich ganz nett wäre springen wir mal hier hoch auf jeden fall bin ich irgendwie immer dazu geneigt die themen nur für meine wolf und würflig sachen aufzuheben und dann ja habe ich natürlich keine themen jetzt für diese survival games runden oder so oder eben ja gut survival games habe ich jetzt schon seit einem halben jahr nicht mehr gebracht aber eben zum beispiel für das hier gut noch eine sekunde und los geht's kommt auf der map rate hier haben wir einen wie heißt der hat also immer ich meine im prinzip soll es bestimmt kackhaufen heißen aber irgendwie anders ich frage mich nur wer benennt sich so also wer denkt wer überlegt sich jetzt ich gebe jetzt 20 euro aus und nenn mich kackhaufen ich keine ahnung das ist für mich so eine denke die ich keine ahnung die passt so gar nicht zu dem was ich jetzt tun würde sind halt andere menschen andere sitten und so und da hinten haben wir einen mit nolik skin nee dachte ich der hat nur hat halt dunklen körper und so kommt ja das ist jetzt gerade alles etwas hektisch ich komme nicht dazu einfach mal hier in ruhe einzutöten damit ich an mein steinschwert komme an mein hochverdientes so komm nein nein kackhaufen renn mir nicht davon komm kackhaufen ok das war jetzt auch ein bisschen glück und lags irgendwie weiß nicht was da genau passiert ist eben aber dieser jonas der ist schon extrem nah am sieg den sollte man vielleicht mal stoppen sammo needs to stop him nein ok eisenschwert jetzt kommt ans diaschwert möchte ich genau so macht man es ja hier haben wir doch den jonas jonas nein jonas was nein komm jetzt muss ich mich wieder ganz hoch arbeiten ich war doch schon beim eisenschwert das eisenschwert ist ja schon beinahe dia schwert und wenn man das dia schwert hat hat man doch quasi schon ach ungeplant hat gewonnen das war jetzt ungeplant naja dann waren das war jetzt die letzte runde eher weniger gut auf jeden fall würde ich sagen kann man das so stehen lassen und ich würde sagen wir sehen uns dann in einem weiteren video ich nehme jetzt wohl von würflig auf bis denne und tschüss